Wir haben 3000 Soldaten mit Waffen, Mann. Mein Leben ist so gefährlich, wenn ich noch ein, zwei Tage hier bleibe. Bin ich tot, glaub mir. Ich bin ein Gangster, das wisst ihr ja. Wir sind zwei Brüder. Wenn du was stiehlst, stirbst du. Willi will Präsident von Haiti werden. Scheiß auf Haiti. Ich weiß nicht, ob er mein Feind oder mein Bruder ist. Wer Tupac nicht meinen Bruder, hätte ich ihn getötet. Heute treiben Terroristen, Drogenhändler und Kriminelle in Haiti ihr Unwesen und töten unschuldige Menschen. Bewaffnete Banden, auch Chimären genannt, versetzten die Einwohner von Haitis Hauptstadt am Freitag in Angst und Schreck.